So, liebe Zuschauer, jetzt wird's ernst. Wir spielen Nepal Angriff, wobei das ja keinen Unterschied macht, da ja beide Seiten das gleiche spielen und ich spiele den Heiler Lucio. Ja, mit dabei sind Ira, Nuri, Teiltin und Tial. Guten Abend. Und die eine spielt Hanzo, der andere spielt Farah und der andere, der letzte spielt dann Jugred, wie er es in der Vergangenheit auch so gerne gemacht hat. Daneben haben wir dann noch einen Roadhog und einen Zenyatta, das heißt wir haben zwei Heiler, einen Tank und den berühmten Rest. Und jetzt fokussieren wir unseren Geist und reiten uns auf die epische Schlacht zwischen Gut und Böse. Wo sind die Orks? Orks gibt's. Dann bin ich ein Hobbit. Stimmt, du bist die ganze Zeit am Essen. Stimmt, du bist eine berühmte Schokokekse. Nope. Heute sind's billige Nuts. So, wir schalten um auf Heilung und engage mal diesen Yeah! War das nicht geil, Leute? War das nicht geil, wie ich den Roadhog den Abgrund runtergeschoben habe und er nicht mal reagiert hat, dass ich überhaupt da war. So kann's kommen. Und das schätzt den Lutscher nicht. Lutscher und Rieper von hinten. Und jetzt werde ich hier das Geschütz machen. Uh! So! Und nicht mal einen Punkt Abzug bekommen. Und wieder! Ich hab's am wenig aufgenommen. Aber ich soll's auch nicht vergessen zu heilen. Heal it, heal it, Baby, heal it. Und jetzt ist der Reinhard böse auf mich. Ja, warum denn bloß? So einfach kriegst du mich nicht. Die haben ein Bäschen und der steht jetzt mittlerweile hinten in diesem Häuschen drin, ne? Ja, leider kam der Reinhard. Und zwei... Ne, einen runtergeschubst. Aber es macht einfach Spaß. Wir heilen weiter. Haben eine Anna erledigt. Und bleib auf dem Punkt. So kann's kommen. Meinst du, meine Zuschauer sind nicht taub? Aber ich bin grad so enthusiastisch. Dass das alles so problemlos läuft hier. Ja, ich hätt' jetzt nicht so übermütig sein sollen. Da hat er dann doch ein Soldier was dagegen. Aber wir als Team haben natürlich jetzt schon 70 Prozent. Oh, bestes schon ulti. Jetzt wird's massiv. so einfach kriegst du mich nicht. 85 Prozent. Du schuhe tot. 90. Und immer noch niemand nur ansatzweise auf dem Punkt. Und ich glaube wenn ich jetzt mal ja mein Gott ist das episch. Ist das einfach episch. Ich weiß gar nicht wie viel ich jetzt da runtergeschoben hab. Aber es waren einige. hier. Das schönes hier hinten. Er ist nicht aus dem Punkt. Ja, ja, ja. Ja, er hat mich nicht gut. Ich bin wieder hochgekommen. Ey, lol, wie schnell der von seinen Scheißteilen auch schießen und bauen kann, ey. Echt eine Frechheit. Ist nicht wahr, ne? 99 Prozent? Ja, wieder hat 99 Prozent. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt eine doppelte Luton-Farah-Action und dann passt das wieder. Genau, ich finde mal, die Farah sollte mal intervenieren hier. Ich habe schon neunmal interveniert. Das ist mehr als alle. Oh, 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 da war ein Bastion. Ah, jetzt war den Scheiß, den sein Scheißschild da im Weg. Leute, wir müssen was tun, das muss ein Sieg werden. Mein Ulti ist fertig. Okay. Meine ist bald fertig, bin mir 78. Doch, ich heile. Ich schalte um auf Heilung. Ich schalte um auf Heilung. Alter, was passiert hier? Ich schalte um auf Heilung. Alter, der Affe ist hinter mir. Scheiß, der hat den Scheiß. Der Affe ist weg. Der hat nämlich das Scheiß- das Scheiß- Healpacks bekommen. Wo ich gerade gesehen habe, der hat sich da auch durchgelaufen. Ich habe Ulti. Wir packen uns jetzt den Punkt. Okay, Diva geht drauf. Bereit? Los geht's. Scheiße. Aber es könnte funktionieren, es könnte funktionieren. Dieser Scheiß-Fächtchen, das gibt's doch nicht. Wie schnell der das macht? Wir haben den Punkt. Und wir siegen, wir siegen. Wir siegen. Juhu, das war... Nee. Oh, 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 oh. Der ist schon ohne... Ach, ich krieg das kurz. Oh mein Gott, schnell auf den Punkt. Schnell auf den Punkt. Ich bin auf den Punkt, ich bin auf den Punkt. Ich komme, ich komme. Ich bin tot. Na. Oh, und dabei hat's so gut angefangen. Scheiße. Meine Ulgen war bei 98%. Dabei hat es doch so gut angefangen. Ich glaube, ich habe so viele Leute runtergeschmissen als... Äh, irgendwie dieses Mal. Ja, mein neues Album ist einfach fantastisch. Kauft es euch. Nun. Äh, herrlich. So. Wir laufen rein. Schalten um auf Heilung. Und treten... Anderen in den Popo. Da sie jetzt rechts rum kommen. So, der Zielpunkt gehört erstmal uns. Das gibt's nicht. Wir lassen uns nicht ablenken hiervon. Hey. Ach, eine Junkrat-Falle. Egal. Achtung, Farrah. Der Bastion kommt wieder. Heile, heile, heile. Der Affe. Ich krieg das. Wir müssen uns schrecken. Die heilende Ruhe. Heile, heile. Jetzt wird's massiv. Scheiße. Läuft aber so weit, äh, ganz gut. Ja, läuft gut. Müssen wir nur noch hier den, äh, Reinhardt und den Festschirm kriegen. Aber den habe ich, glaube ich, geknackt. Ja, der Best-Schiss geknackt. Weil ich meine Sau nachladen musste. Oh. Heilung. Das ist eure direkte Strahlung. Ich guck mal, wir durchhören. Fuck. Jetzt haben sie auch den U-St-Just verlegt. Ich hab Ult, ich hab Ult. 5-0. Ich muss jetzt mal gucken, wer du bist. Ich hab auch gleich Ult. Er hat mich geknackt. Er hat mich geknackt. Okay, everybody. Relax. Ich hab Ult. Taktisches Vizier aktiviert. Jetzt wird's massiv. Reinhardt weg. Auf den Punkt. Fuck. Nein. Scheiße. Wie hat der Pin als es überlebt? Keine habe ich. Keine habe ich. Zeig für eine Zugabe. So. Spürt die heilende Ruhe. Alle Regler auf Anschlag. Oh. Die N-er weg. Jawohl. Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Und vor. Und vor. Den Punkt verteidigen. Jawohl. Gewonnen. Dappischer Bestchen. Der hat schon dreimal die Ulti gehabt, der Sack. Ja. Punkt der Stand. Ja, ich... Das Problem war, dass ich immer versucht habe, jemand zu hucken oder jemand gehuckt habe. Und da kurz danach, wirklich so eine Sekunde danach, habe ich den Bestchen entdeckt, der mich... zu handeln. Ja, jetzt wird gesoldet. Weil mit dem hochholst du den ja aus diesem Tower-Ding raus. Aber gerade am Ende hat es funktioniert. Der ist um die Ecke gelaufen, dachte, der könnte jetzt einen auf Tower machen. Da habe ich ihn gehuckt und gleich getötet. Ja, da geht es auch schon weiter, würde ich mal sagen, ne? In die letzte Runde, die alles entscheidende epische Runde. Ich gehe gleich mal links rum. Na, ich gehe mal rechts. Oh, nee, ich gehe in die Mitte. Eine Verrannte. Heile, heile, heile. Die werden uns von rechts flankieren, glaube ich. Achtung. Bestchen ist tot. Oh, Anna. Fuck you, Anna. Ja, der Junkrat ist noch quasi ziemlich aktiv. Jawohl, der Punkt gehört erstmal uns. Ich mache heile, heile. Ich gehe weg. Danke, danke. So, Bestchen ist da rechts. Ja, ich halte auch schon drauf. Jetzt gibt es was auf die Ohren. Heile. Den Bestchen habe ich geknackt. Oh, nein. 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 Geht nicht zu weit vor. Geht nicht zu weit vor. Ja. Sonst flankieren die uns. Problem habe ich gerade. Die Anna hat mich eingeschläfert und dann, ja. Aber die kommen jetzt. Die haben sich damit. Macht euch auf einen gewaltigen Schock. Aber ich habe Ulti, also. Ich kann nicht was reißen, trotzdem nicht. Beispiel von links kommen und alle rechts raushauen. Jetzt wird's massiv. Ja, okay, da bin ich direkt vom Bestchen gelandet. Aber ich habe die 10.000 Heilungen schon überschritten. Ich denke mal, das ist nicht so schlecht. Und wir bewegen uns wieder auf den Punkt zu, gehen in die Heilung, hauen schon mal auf den Reinhardt drauf, der übrigens nicht mehr viel hat. Und wir haben den Reinhardt platt. Föhrer. Föhrer tot. Jawoll. Und der Punkt gehört uns. Oh, die Anna mit ihrem Scheißfrieden. Den Bestchen haben wir auch. Super. Heilung. Gleich wird der Reinhardt chargen. Und die Farah muss gemacht werden. 90%. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, den Junkrat-Ulti. Restchen kommt raus. 96, 97, jawoll. Wir müssen's halten. Ich bin tot. Wir müssen's halten. Dann. Tschö, aber wieder Ulti-Ulti-Ulti. Ey, der Bestchen, der hat auch ein super Timing gemacht. Ich muss mich mal, der gut spielt. Der hat einfach nur ein gutes Spiel. Auf dem Weg. Halt, halt. Ich hab auch gleich... Oh my God, fuck. Und schon wieder der Bestchen mit seinem super Timing. Aber egal, wenn er da stehen bleibt, dann haben sie auch verloren. Das ist doch ein Dreifach-Kill. Ist nicht wahr, ne? Wieder die berühmten 90, 99%. Aber zwei weg, Marci weg und ein Dings weg. So, sind alle am Punkt bei uns? Jetzt mach Ulti. Ulti, Ulti, Ulti. Jawoll. Ich bin on fire. Ah, der Scheiß-Bestchen. Schon wieder? Bestchen, flieg! Lieg, Bestchen! Bestchen, weg! Ja, und stirb! Den habe ich schön weggehauen mit der Scheiße. Was ein Kampf! Ja, wir haben jetzt aber gerade zwei Tanks da. Na, weg. Hab die Diva. Boah. 13.000 Heilung. Mein Gott. Ist nicht wahr, aber trotzdem irgendwie ein geiles Spiel. Ja. Hartung kämpft. Hab wir auch gerade so einen großen, grauen Streifen im Weg gehabt. Zertsicherball. Krass. Also, so viel Heilung und doch noch mehr Team-Schaden, ey. So, das war's für heute. Auf Wiederschauen. Tschö. Tschö. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter. Und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.